hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal ja also wir sind hier immer noch super staff unterwegs ich meine die leute haben zwar alle schon alarm geschlagen ach du scheiße da ist unser ziel ziel ausgeschalten so ein ekelhafter kranker typ alter what the fact die meistgesuchten eine so ein kranker typ alter was der mit den leuten macht das ist ja abnormal ekelhaft richtiges monster der typ oh vielleicht gibt es ja auch irgendwo spuren als erstes gibt es ja auf jeden fall meine kamera hallo okay jetzt haben sie ihre suche auch schon mal wieder aufgegeben sprich bin momentan ein bisschen sicherer wieder unterwegs obwohl wenn ihr für ihre posten zurückkehren ich weiß nicht ob einer sein posten hier drin hatte das wäre nicht so gut da links läuft nämlich einer lang ach du scheiße ist der groß ach du scheiße ist das ein fahrzeug da ist auch direkt einer okay ich will den typen hier den will ich unbedingt weil der ist fett der bringt bestimmt viele ep und vor allem beim plündern auch einiges vielleicht hat er ja sogar ein anderes mg dabei ich weiß gar nicht ob es ein anderes mg zum freischalten gibt hallo hallo ja deshalb will ich den auf jeden fall haben ok dem verpas ich jetzt meine google dem da hinten ich glaube das sollte funktionieren gut gut es war gefährlich aber es hat geklappt und solange es klappt ist alles roger gmg gegen mg hallo messern ich bin auf messern gegangen er hat ihn nicht gemessert kann man von vorne nicht messern oder kann man nicht messern wenn die alarmiert sind oder hä na super geil nochmal also man merkt auf jeden fall je mehr wir dem ende näher kommen desto stärker sind die typen und desto schwieriger sind die missionen aber komm wir werden doch jetzt mal eine mission wohl von anfang bis ende schaffen ohne einmal irgendwie drauf zu gehen das kann ja wohl nicht so schwer sein boah das war ja mal wieder klar so jetzt mit bedacht wieder die kameras ausschalten ja ihr werdet beschossen was ihr gefunden habt oh man jetzt sind die hier wieder am ausschwärmen wahrscheinlich kommen sie gleich wieder alle hier hoch gerannt ähm ja vielleicht auch nicht ok doch doch sie kommen hier hoch gerannt dann schnell weg ganz schnell weg ich lege jetzt meine mine hin das letzte mal hat die absolut gar nichts gebracht aber vielleicht bringt es ja diesmal was vielleicht kann ich ja auch mal einen multi kill mit einer ding machen mit der sniper vielleicht kann ich ja auch mal einen multi kill mit einer ding machen mit der sniper ich werfe jetzt mal hier vor die mine vor die mine wir werden angegriffen ja dann lauf doch bitte mal in die scheiß minen rein ja die idioten bei mir haben die irgendwie gar keinen radius das sind einfach nur minen gegen fahrzeuge wahrscheinlich also klar sie sind spezial zieh gepanzerte typen und fahrzeuge aber wenn ein normaler da reinläuft dann müssen die doch auch mal hoch gehen oder nicht so haben wir es dann jetzt können wir dann jetzt weitermachen oh jetzt dachte ich doch jetzt kommt die stunde der wahrheit scheinbar doch nicht die bleiben da jetzt für immer stehen oder was haben wir noch irgendwas dabei irgendwas gutes natürlich nicht wenn die wüssten dass ich genau hinterm busch bin so den typen da unten ist da überhaupt jemand ja da unten ist noch jemand aber da komme ich so wahrscheinlich nicht ran ok den habe ich chill ich chill ich scheiße jetzt werden wir ja sehen ob sie über die minen laufen die laufen einfach nicht über die minen ich weiß nicht ob die KI da eine anti minen protection hat oder irgend sowas aber trotzdem jetzt haben sie mich ja eh schon gesehen jetzt kann ich ja auch mit meiner pistole schießen sehr schön den typen den blödern wir auch gleich ich schieße jetzt einfach mal mit dem mg mit bedacht auf die typen also nicht voll rein rotzen voll automatik alles was geht ich schieße jetzt einfach mal mit bedacht und dann sollten wir eigentlich schon weiterkommen bei der mission ok hier oben ist jetzt fast alles clear kann ich da auch selber jetzt sterben so der ist auch weg scheiße so da werfen wir mal noch eine mine runter freind ausmachen und neutralisieren ok ok nein schon wieder eine mine alter ich habe keinen bock mehr ah man es ist doch scheiße jedes mal man muss auf so viel zeug aufpassen und vor allem bin ich einfach irgendwie ich weiß nicht alter es kann doch nicht sein dass ich so wack in dem spiel bin so schwer ist es ja nicht mal eigentlich aber ich will alles immer sterfer machen und wenn man mal mit action reingeht dann ist bestimmt auch einfacher wie wenn man jetzt alles hier super starved mit der sniper only und pistole geschalldämpft und so weiter versucht hier ist absolutes minenfeld des grauens aber ich mache jetzt nochmal die gleiche taktik aber erst im nächsten part sprich ich werde dann alle feinde hier hochlocken werde da schon mal alles voller Minen platzieren ich werde alle feinde dann wieder mit einem schuss an die kamera hier hochlocken und dann werde ich sie alle einzeln ausschalten und dann mich der mission widmen weil es scheiß egal ob das jetzt da aufläuft oder nicht ich meine ich finde es zwar geiler wenn es da ist aber ich möchte ja auch mal weiterkommen und ihr möchtet auch dass ich weiterkomme sonst ist es ja total langweilig anzusehen wenn ich ständig verkacke und da will ich mir auf jeden Fall auch vornehmen dass ich darin besser werde also selbst wenn ich es immer versuche perfekt und stealth zu machen so dass ich das einfach noch irgendwie ja besser takte dass ich besser dass ich mehr überlege und so weiter naja gut ich glaube schon wieder zu viel rum bis hin in unserem nächsten Part rein Leute bis morgen und dass ich das jetzt